Die 5 besten Produkte, Treebit Stormbox im Test Ich bin sehr zufrieden mit meinen neuen Treebit Bluetooth Kopfhörern. Die Spielzeit von 150 Stunden ist einfach unglaublich, und die USB-C Ladebox mit Schnellladefunktion macht das Aufladen sehr bequem. Die Kopfhörer haben eine tolle Passform und sind dank IPX8 Wasserdichtigkeit perfekt für sportliche Aktivitäten geeignet. Der Touch Sensor funktioniert einwandfrei, und der eingebaute Bass ist wirklich kraftvoll. Auch das eingebaute Mikrofon ermöglicht klare und deutliche Anrufe. Ich kann den Treebit Fleabuts 3 in-Ear Kopfhörer jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem hochwertigen Kopfhörer ist. Ich bin absolut begeistert von meinem Treebit Stormbox Bluetooth Lautsprecher. Der 360 Grad Surround Sound sorgt für eine faszinierende Klangqualität und der erweiterte X-Base gibt dem Ganzen nochmal mehr Volumen. Das Design ist modern und ansprechend und es ist super einfach, das Gerät mit meinem Handy zu verbinden. Der Dual Stereo Lautsprecher sorgt für ein tolles Hörerlebnis und die erste PX7 Wasserdichtigkeit ist perfekt für den Strand oder Pool. Die 20 Stunden Wiedergabezeit sind auch super praktisch für längere Ausflüge oder Festivals. Auf jeden Fall eine klare Empfehlung von mir. Ich habe mir den Treebit 16 Watt IPX7 Wasserdichten tragbaren Bluetooth Lautsprecher zugelegt und bin völlig begeistert. Der Sound ist fantastisch und es gibt angenehmen Bass. Die Akkulaufzeit beträgt 24 Stunden und das Gerät ist super einfach zu bedienen. Durch das wasserdichte Design ist es perfekt für Outdoor-Abenteuer geeignet und überzeugt auch durch sein geringes Gewicht und seine Größe. Das Preis-Leistungsverhältnis ist unglaublich gut, ich kann den Treebit X-Sound Go nur empfehlen. Ich liebe den Treebit Bluetooth Lautsprecher Stormbox Blast. Er hat einen unglaublich lauten und klaren Stereo-Sound mit einem X-Bass, der den Beat wirklich verstärkt. Die LED Lichtshow ist auch ein zusätzliches Plus, da sie eine Party-Atmosphäre schafft. Der Lautsprecher ist auch wasserdicht, was ihn perfekt für Outdoor-Aktivitäten macht. Seine 30 Stunden Spielzeit und die TWS-Funktion machen den Stormbox Blast auch sehr praktisch. Ich empfehle diesen tragbaren Lautsprecher für alle, die Musik lieben und eine Party unterwegs feiern möchten. Ich habe den Stormbox Micro 2 Bluetooth Lautsprecher für meine Outdoor-Reisen und Radtouren gekauft und bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. Der Lautsprecher ist IP67 wasserdicht und hat einen leistungsstarken Lautensound für seine Größe. Das kabellose Stereo-Pairing ist eine großartige Funktion, die es mir ermöglicht, zwei Lautsprecher für noch mehr Sound zu verbinden. Der X-Bass-Modus gibt dem Sound auch noch mehr Tiefe. Das Design des Lautsprechers ist robust und passt perfekt in meine Outdoor-Ausrüstung. Ich kann diesen Lautsprecher für alle empfehlen, die auf der Suche nach einem langlebigen, tragbaren und leistungsstarken Lautsprecher für unterwegs sind. Wir sehen uns im nächsten Video.